hallo meine lieben 3d druckfreunde wie ihr seht ist mein artillerie sidebinder x1 gekommen ein schöner drucker aber im vergleich zum i3 mega deutlich schwieriger aufzubauen also es ist immer noch einfach aber nicht ganz so einfach wie der i3 und was man sofort merkt ist wie leise der ist beziehungsweise wie einfach die bedienung ist ich gehe mal zurück leveln ganz einfach fahrer position 1 an also ihr hört sehr leise position 2 das ganze entsprechend eingestellt mit entsprechend schön großen einstellrägeln die auch gut halten das macht alles in sehr wertigen eindruck ja fahren wir mal die home position an und jetzt hört man hin überhaupt kein vergleich zum i3 mega und auch der extruder also man macht es ganz einfach rein und es hält man schickt es vor es ist fantastisch es ist sehr gut jetzt bin ich mal auf den ersten druck gespannt wenn ich den ersten druck gemacht habe dann kriegt er mal wieder rückmeldung von mir bis zum nächsten mal